Was ist das in der richtigen Gruppe? Nein, das sind Mäppchen. Mäppchen sind das. Ja, das stimmt nicht. Ich dachte immer so gut. Ich bin so gut. Oh. Mein Vorricht nimmt der Mäppchen. Er hätte hier eingetroffen, aber ab mich ist er mit Grundbeschäftigung. Herr Schödinger, ich glaube auch heute wieder. Hat er im Vorring schon was gesagt? Nein. Okay. Das ist natürlich ein Schödinger. Herr Schödinger. Herr Schödinger.